Gold mit einem Gewinner beim USIM-Turnier am 6. Dezember 2015 in Hartberg. Holme sich mit einem ganz, ganz großen Applaus auf die Bühne herauf. Spielgemeinschaft Kizek-Sausal! 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 Ja, während das Publikum, liebe Sportler, während dem das jetzt noch der Siegesfunde mit allen drei Mannschaften gemacht wird, möchten wir uns nochmals von den Juniors bei allen Spielern, Trainern, Opas, Eltern und so weiter herzlichst bedanken für die Teilnahme hier. Wir wünschen allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und für das Jahr 2016 das Wichtigste, viel, viel Gesundheit und bei diesen Sportlern, dass der Sport im Vordergrund steht und dass alle gesund bleiben. Herzlichen Dank und für heute noch eine gute Nachhausefahrt und einen schönen Sonntag. Danke.